ok es läuft ja ich kann jetzt gar nicht vor der kamera sein oder warte kann ich doch kann ich doch ja also wir sind bei der dorf schenke das haben wir und das machen wir ja ja kann man nicht sehen aber egal was machen wir unangekündigt dorf schenke in karlsruhe südstadt da vorne ist das hotlichtviertel ja da ist das ist die schöne puffstraße wo die sich alle anbieten am fenster auf jeden fall ist eine spontane aktion unangekündigt wir wollten mal gucken als neuer schuppen ist was der so zu bieten ein paar videos sind auch auf der facebook-seite hier sind zeitungen sehr interessant da sind die toilette die stinke wie die best nach klobui teufel das könnt ihr leider nicht richtig da zeige ich euch aber mal was geiles du darfst nicht rein du bist eine frau hier gibt es wirklich also hier sind erstmal die toiletten natürlich aber das geile ist hier gibt es kondome wer jetzt gedacht alles klassisch schöne aufkleber halt schleichwerbung und ja spannende löcher spannende löcher für vier personen alles im paket da stinkt ja komm mal her guck mal das stinkt hier nicht so oder hier stinkst du es gar nicht ja komm doch her leider nicht direkt rein einfach einfach nur an die tür das stimmt nicht so wir gehen da jetzt doch rein wir sind doch konzert wir sind doch konzert kritiker wir kriegen den eintritt umsonst neben nicht aber schön schön beleuchtet helfen scheißen aber es hat nicht so gut so gestoppt wie bei dir alter das perfekte geheimnis naja filmwerbung da geht es rein jo ihr habt gehört in diese tür geht es rein ich mache auch kurz die kamera runter wegen leute wo nicht aufgenommen werden wollen dann seht ihr gleich den rest von unserer troffel bovara so didi willst auch was sagen du hast dich ja schon eingefunden die band und die bühne ist hier und bis weiter geht sparen wir uns mal für die fotos wo noch auf facebook kommen also schaut unbedingt auch bei facebook vorbei und viel spaß beim konzert und bis weiter geht es 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 Vielen Dank.